Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem versprochenen Q&A Video 10.000 Abonnenten Special. Ich habe es lange vor mir hergeschoben, zwei Monate sind die meisten Fragen leider schon alt. Ich möchte jetzt so kurz und knapp wie möglich auf die ganzen Fragen eingehen, weil ich habe es jetzt einmal schon im Kasten gehabt, aber das Video ging einfach mal schon 50 Minuten, das ist einfach zu lang. Deswegen muss ich mich jetzt hier noch einmal korrigieren und einfach so kurz wie möglich die meisten Sachen antworten. Ich gehe auch nicht auf jede Frage ein, vieles wurde doppelt gestellt, deswegen nenne ich nicht alle Namen, die eine gewisse Frage hatten. Also, nimm es mir nicht für übel, wenn ich den einen oder anderen Namen einfach nicht nenne. Wir fangen jetzt mit zwei Fragen von Jay Lee an. Wirst du irgendwann, wenn du mal Zeit hast, einen 24-Stunden-Stream machen? Nein, ich hatte vor kurzem 12 Stunden, das hat völlig gereicht, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Kommt auch was von COD Cold War? Definitiv, aber nur als Livestream auf Twitch. Gumba fragt, hey, meine Frage ist, Apex für dich das beste Royal oder vielleicht auch das beste Spiel überhaupt? Das beste Spiel überhaupt? Definitiv nicht, aber für mich, für alle Battle Royales, die ich bis jetzt getestet habe, definitiv das geilste Battle Royale, auch wenn es gerade nicht so stabil läuft. AK fragt, was machst du beruflich? Die am meisten gestellteste Frage überhaupt. Ich gehe nicht sehr ins Detail, ich bin in der Automobilbranche, in der Logistik tätig. Das sollte reichen. Let's go BVB, seit wann bist du verheiratet? PS, Leben durchgespielt. Daumen hoch. Seit dem 18.07.2018 bin ich verheiratet. Scarlet LP, was hast du für spezielle Wünsche an Apex Legends? In Klammern, also egal ob Waffen, Legenden und so weiter und so fort. Oder gibt es noch andere Battle Royale Spiele, wo es schöne Sachen gibt, die du dir in Apex Legends wünschst? Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass das Spiel stabil läuft. Sounds, Server, Matchmaking, Ranked Überarbeiten, Punkt. Das sind die vier größten Sachen, die mir mega auf den Sack gehen und dann würden viele Spieler wieder zurückkommen und auch viele neue Spieler vielleicht dazukommen. Es ist kein Geheimnis, dass Apex gerade einfach nicht läuft. Big Stee, wie bist du darauf gekommen, mit YouTube anzufangen? Sehr geile Frage. Ich bin absoluter COD-Junkie früher gewesen, heute nicht mehr so, weil die letzten Ableger einfach nicht mehr so geil waren und mich nicht lange gefesselt haben. Einige von euch kennen vielleicht den COD-Streamer Marcel Skorpion. Den habe ich tagtäglich konsumiert, als ich COD-Junkie war oder bin, wie auch immer. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich damit nicht angefangen. Definitiv, weil ich mochte die Art, wie er seine Videos macht und ich dachte mir, komm, mach es da auch. Wer sich den Spaß machen will, scrollt mal in meiner Videoliste ganz runter. Ich habe mit COD-Videos angefangen. Ein Beta-Gameplay-Video von Black Ops 4. Gott, ist das peinlich. Wirklich, wenn ich da reingucke, das ist zum Fremdschämen. Das ist total witzig. Moritz Föhl fragt, was ist deine aktuelle Meinung zu Ramport, Sheila? Kein Plan, wie das geschrieben wird und so weiter. Okay, wir sind jetzt zwei Monate nach Season... Wir sind jetzt mitten in Season 7. Sorry, dass ich so spät damit anfange. Ja, Ramport ist an sich eine coole Legende, aber sie wird sehr selten gespielt. Sie wird aber in der nächsten Zeit ein, zwei Mal noch gebufft. Da könnte sie wieder interessanter werden. Für mich allerdings keine Legende als Option zum Zocken. Jeff, hattest du schon mal in Erwägung gezogen, in Zukunft einen eigenen Clan zu machen und an Turnieren teilzunehmen oder interne Turniere zu machen? Weiter so für die Zukunft. Nächstes Ziel, 100.000 Abos. Danke für die Glückwünsche. Clan, bin ich ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich habe mittelmäßige Skills. Jeder, der mir zuguckt, der weiß, dass es mal so mal so turniere, werde ich auch wahrscheinlich niemals daran teilnehmen. Aber ich würde es geil finden, es gibt ja die Custom Games. Die sind leider nur den ganz großen Vorbehalten, also beziehungsweise die ganz großen Streamer und YouTuber dürfen mit dieser Funktion Vorlieb nehmen. Und die können ihre ganze Community einladen. Das würde ich geil finden. Wenn ich die Funktion vielleicht irgendwann hätte, alle einladen, feuerfrei, los geht's. Das wäre wirklich eine feine Sache. Und 100.000 K... Okay, gehe ich nicht drauf ein. Sehr weit weg. So, Thomas Klitsch fragt, wenn du eine eigene Legende erstellen könntest, was würde sie können, beziehungsweise welche Fähigkeiten hätte er oder sie? Die war sehr knifflig, die Frage. Da habe ich wirklich eine Weile überlegt. Und da geht es tatsächlich in COD, Perks, Aufsätze und so weiter. Deswegen, meine Legende, hätte die passive Fähigkeit, Munition, die nicht in deiner Magazinreserve ist oder die, die fehlt, wenn du dein Magazin ein bisschen leer schießt. Dass du pro Sekunde eine Kugel wieder hinzugefügt bekommst. Aber nicht in dein Inventar, wirklich nur in dein Magazin. Als taktische Fähigkeit, dass du... Und schnelles Nachladen würde ich auch noch sehr wichtig finden. Taktische Fähigkeit, dass du Munition und zufällige Waffenaufsätze droppen könntest, wie im Dummy-Event. L1 gedrückt, aller 20 Sekunden oder wann man das machen konnte. Und dann hattest du zufällig Heilung, Waffenaufsätze und so weiter. Diese Fähigkeit mit Waffenaufsätzen würde ich so, so feiern. Und die ultimative Fähigkeit, dass wenn du die aktivierst, dass das von mir aus 20, 30 Sekunden hält. Und du pro Kugel, die du bei einem Gegner triffst, ein Punkt Leben und Schild auf deine Heilung, also auf deine Regeneration, wie du oben drauf bekommst. Pro Kugel. Würde ich auch mega, mega geil finden. Hab natürlich keinen Namen für die Legende. Aber das würde ich sehr, sehr cool finden. Ich würde es nicht notwendig finden, aber für alle, die Forge so gefeiert hätten, wäre es natürlich geil, wenn er kommt. Aber Respawn hat sich da zu Wort gemeldet, dass das niemals passieren wird. Außerdem sind die Fähigkeiten alle nahkampflastig. Das hilft weder dir auf der Ferne noch deinem Team. Das ist einfach mal Fakt. Timmy fragt, eine Frage, die nicht auf Apex bezogen ist. Seit wann hörst du Rammstein und was gefällt dir an ihm am meisten? Rammstein. Ich höre sie schon sehr, sehr lange. Wie lange kann ich überhaupt nicht beantworten? Was gefällt mir am meisten? Die Musik, ganz einfach. Und die Art. Schokodrink. Was ist für dich gerade in Apex die beste Legende oder deine Favorite-Legende? Wir sind mittlerweile in Season 7. Kann ich mich nochmal entschuldigen, dass das Video erst zu spät kommt. Horizon. Definitiv. Taktik Cam. Casper, hast du schon ein Konzept für das Kanalmitgliederzocken bzw. Twitch-Subzocken usw.? Leider nicht. Deswegen hoffe ich so sehr auf die Custom Games. Aber da ich auch auf YouTube weiterhin streamen darf, wird es ab und zu noch ein Kanalmitgliederzocken geben. Auch wenn es nicht mehr so häufig wie früher ist, leider. Philipp CES. Ich finde deine offene Art sehr nice. Warst du schon mal in Leipzig? Danke erstmal für das Kompliment. In Leipzig bin ich wenigstens 2-3 Mal im Jahr. Meistens, wenn ich in den Zoo fahre. Weil ich den Leipziger Zoo mega geil finde. Wer da noch nicht war, fahr da mal hin. Das ist wirklich ein geiler Zoo. Max Heumüller. Wie viele Spielstunden hast du in Apex? Ich kann es dir nicht beantworten. Und ich weiß auch nicht, ob es einen Counter dafür gibt. Julian Kohler. Was erwartest du dir von der neuen Season? Quasi Season 7. Ich weiß ja nun schon alles. Aber ich hätte mir mehr erhofften Stabilität. Das ist das größte Problem in Apex Legends. Deswegen kann ich gerade nicht mehr dazu sagen. Und ich werde noch öfter auf Probleme kommen. Weil hier einige Fragen diesbezüglich noch kommen werden. Agnos 17. Welche Legende würdest du dir am liebsten... Welche Legende würdest du am liebsten sein, wenn du entscheiden könntest? Und welche auf keinen Fall? Habe ich auch eine Weile gekniffelt. Aber ich finde, ich bin ein absoluter Spider-Man-Freak. Deswegen wäre Pathfinder mit seinem Grappling-Hook eine absolut geile Sache. Oh, Code Leaf. Ein Timeout. Das ist ja schön. Welchen auf gar keinen Fall, da ich ein absoluter Kursdick-Nazi bin. Obwohl er manchmal trotzdem Bock macht. Kursdick finde ich halt auch nicht so spannend. So, Wraith. Meine Frage. Was hättest du für eine Vorstellung von deiner eigenen Legende und Waffe? Eigene Legende habe ich schon erzählt. Waffe. Ich finde, die allgemeinen Waffen, die drin sind. Und auch die einzelnen Kategorien finde ich okay. Es könnten mehr Waffen in den einzelnen Kategorien sein. Aber so ein, zwei neue Gattungen, wie zum Beispiel der Combine-Bow, der Bogen mit Pfeilen als Munition, würde ich zum Beispiel sehr geil finden. Ansonsten bin ich, was das betrifft, sehr unkreativ. Aber ich bin auch zufrieden. Sand-Kasten-Freund. Der Theo. Nenne mir bitte deine fünf größten Pros und fünf größten Cons. Pros sind schwierig. Cons sind einfach. Ich wünsche mir stabile Server. Ich wünsche mir, dass das Skill-Based Matchmaking wegfällt. Die Sounds müssen gefixt werden. Die Preise in den Stores sind absolut übertrieben hoch. Das muss weg. Das waren vier Sachen. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Fünf größten Pros. Naja, Apex ist eine Hasslebe. Das wissen wir alle. Egal, wie gut oder schlecht das Spiel gerade läuft. Irgendwie zieht es einen, zumindest die meisten, wieder zurück. Ich finde die Legenden geil. Ich finde die einzelnen Fertigkeiten in Verbindung, wie man verschiedene Squads mischen kann mit den einzelnen Fähigkeiten, sehr interessant. Das haben halt viele Spiele nicht. Die Maps sind an sich ganz cool, auch wenn, ja, die Vergewaltigung von Kings Canyon fand ich jetzt nicht so geil. Ich habe Kings Canyon sehr gemocht. Jetzt ist es eine Weile raus. Es ist an und für sich ein gebalancedes Spiel. Einzig und allein das, was gerade Apex so mega abfuckt oder mega schlecht macht, ist das, was an Stabilität fehlt. Mehr fällt mir da jetzt gerade leider nicht zu ein. So, V, B, K, L, S, keine Ahnung, was bedeutet, was verbirgt sich unter deiner Cap? Frage beantwortet. Dark Master, als du mit YouTube angefangen hast, war Apex dein Ziel, womit du immer arbeiten möchtest oder wolltest du auch andere Sachen machen? Ich habe mit COD-Stuff angefangen, hatte ich vorhin schon erzählt. Apex gab es damals noch nicht und, ja, deswegen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man ein Spiel wie Apex vielleicht kommt. Mehr weiß ich dazu nicht. Angela Prince, was hält deine Frau von deinem Hobby? Schräg Schich, Nebenjob, Zocken, YouTube-Stream, Glückwunsch, vielen Dank. Sie lässt mir sehr viel Freiraum. Danke nochmal dafür, falls du das siehst, Schatz. Sie würde sich aber mehr Zeit mit mir wünschen, ist natürlich auch sehr klar, aber so viel Zeit, wie ich damit verbringen darf, das ist schon unnormal viel. Ich hätte gerne mehr Zeit, muss ich auch zugeben, aber ich sage mal, mittlerweile ist es ja nun ein Nebenjob, wie du so schön schreibst. Und ich meine, das Thema Geld ist natürlich auch eine feine Sache, aber nun mal nicht Punkt Nummer 1 bei der ganzen Geschichte. Theo hat eine weitere Frage, was sind deine Top-Favoriten-Legenden? Octane, Pathfinder, Horizon. Und da gehe ich einfach mal davon weg, dass die so megamäßig eklig genurft wurden, wie zum Beispiel Pathfinder. Wenn sie so wären, wie sie mal waren, wo ich sie geil fand, so die Reihenfolge ungefähr. Power Gaming, meine Frage, seit wann bist du Gamer? Ich bin 37 Jahre und ich glaube, ich habe das erste Spiel so mit 6, 7 Jahren war definitiv. Was gab es damals zu meiner Zeit? Es gab Atari, es gab Commodore 64, das wird vielen von euch wahrscheinlich gar nichts sagen. Aber so richtig aktiv fängt es mit Nintendo an. Ob das ein Gameboy war oder ein NES Super Nintendo, so die Richtung auf jeden Fall. Sarah fragt, was ist ein Q&A? Okay, ich sage nichts dazu. Ein Horn, ein Hornhuhn, Schmatterfly. Herzlichen Glückwunsch, wohlverdient. Freue mich auf diese, auf weitere Videos von dir. Vielen Dank für deine Glückwünsche. 0815 Invader Sim, welches Game erinnert dich an deine Kindheit? Bei mir ist es Legends of Zelda auf dem NES. Da haben wir es, NES. Super Mario Bros. auf dem NES. Ein viereckiger Kasten mit einer Klappe, so riesen Kassetten, die konntest du reinschieben, runterdrücken, Power. Und dann hast du deinen Controller mit einem Steuerkreuz und einer A- und einer B-Taste, Start- und Select. Mehr gab es da nicht. Das war meine Kindheit und das ist Nostalgie pur. Absolut geil. So, Miau, wat? Hey Casper, herzlichen Glückwunsch zu den 10K. Hast du dir verdient. Danke für die Glückwünsche. Bam, bam. Meine Frage, warum hast du angefangen, deine eigenen Gameplays zu streamen? Weil es geil ist. Ich muss sagen, ich habe mit YouTube angefangen und ich hatte nie vor zu streamen. Und ich muss sagen, mittlerweile streame ich lieber, als dass ich Videos mache. Ich liebe zwar immer noch Videos machen, aber Streamen ist einfach eine absolut geile Sache. Gerade mit euch, mit den Zuschauern. Ab und zu irgendwelchen Bullshit da rauszuhauen, zu lachen, zu feiern. Und dass ihr euch auf den Bullshit mit mir reinzieht, wenn es einfach sehr häufig nicht läuft. Also eure Geduld, die möchte ich mal haben. Absolut geil. Danke dafür. Steff14. Als du mit YouTube angefangen hast, hättest du gedacht, dass du jemals 10.000 Abonnenten erreichst. Hätte ich definitiv nicht erwartet. Aber ich bin noch ganz ehrlich, ohne Apex würde ich jetzt nicht 10.400 Abonnenten haben. Das ist Fakt. Mit COD, was ich eigentlich nur machen wollte, wäre das niemals drin gewesen. Weil es gibt so viele deutsche YouTuber, da ist die Konkurrenz einfach zu groß. Das ist Fakt. So, und wie sehen deine aktuellen Stats in Apex aus? Okay, Moment. Da muss ich mal ganz kurz. Zack. Ich hoffe, hat das funktioniert? Das hat funktioniert. Moment, ich mache mal kurz hier die Kamera weg. Zack. Subgoals weg. Und das sind die schlechtesten Stats, die ich jemals hatte. Ich hatte mal, das höchste, was ich hatte, war eine 2.0. Und im Schnitt bin ich eigentlich bei einer 1.5. Jetzt bin ich bei 1.17, weil einfach, und das muss man sagen, Matchmaking, Server, Sounds, es fuckt alles so ab. Ich habe nicht die geilsten Stats, aber das ist das, was ich vorweisen kann. Und ja, ich habe trotzdem noch Freude am Spiel, auch wenn es gerade nicht so stabil läuft. Aber, ups, darum geht es ja nicht. So, was haben wir noch? Killer e.TV. Werden wir dich nächstes Jahr auf der Gamescom sehen. Und wie sieht es mit Merch aus? Merch habe ich gleich noch. Ich fange mit dem Merch an, sonst vergesse ich das. Ich wurde tatsächlich bei 200 Abonnenten mal gefragt, hast du dein eigenes Merch? Da dachte ich mir, wie arrogant kann ein YouTuber sein, mit so wenig Abonnenten Merch zu machen? Auch 1.000 Abonnenten und Merch, grauenhaft. Bei 10.000 habe ich mir immer gesagt, wenn Merch, dann mindestens 10.000 Abonnenten nicht vorher. Aber ich finde, das ist immer noch ein Thema, was Zeit hat. Und Gamescom, ich hatte tatsächlich, ihr alle kennt das Basecatch Show wahrscheinlich, mit dem bin ich im regelmäßigen Kontakt über WhatsApp. Wir hauen uns gegenseitig die Sprachnachrichten um die Ohren. Und wir hatten die Idee tatsächlich, uns auf der Gamescom mal zu treffen und gemeinsam da irgendwo ein bisschen rumzulaufen, um mal zu gucken, was passiert. Aktuell nicht möglich. Ob das irgendwann mal passiert, das lasse ich offen. Weil ich weiß, die Gamescom ist immer sehr voll und ich mag Menschenmassen nicht. Ich hasse es, wenn es zu viele Gedränge wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hasse das. Ich bin gerne draußen, ich bin gerne aus einer anderen Luft, aber ich hasse große Menschenmassen. Zu viel Gedränge, da kriege ich Aggressionen, kriege ich da. FNG Goldman, herzlichen Glückwunsch zu den 10K. Mich würde es interessieren, deine Lifetime Stats, das hatten wir gerade. Chrissy K., hast du Stress mit Streamen? Und wie bekommst du Frauenjob und so weiter unter deinen Cap? Stress nicht, ich habe wirklich viel Zeit, die mir meine Frau gibt. Stress ist es immer nur dann, wenn eine neue Season kommt. So, eine Woche vor und eine Woche nach einer neuen Season ist immer sehr stressig. Da gibt es viele Videos. Du kommst kaum zum Zocken selber. Hast viele Videos, die du machen willst. Wenn die neue Season da ist, willst du viele Videos machen. Kommst kaum zum Zocken. Und wenn du dann noch eine scheiß Schicht auf Arbeit hast, dann ist es richtig stressig. Aber ansonsten habe ich eigentlich keinen Stress. Howie How fragt, Moment, meine Frage ist, wie du Apex im Moment findest und ob du dir ein 5 gegen 5 in Apex vorstellen könntest, so eine Art Team Deathmatch. Aktuell fuckt mich Apex ehrlich gesagt mega ab. Ich spiele es zwar immer noch gerne, aber bekannte Probleme, Matchmaking, Server, Sounds und so weiter und so fort. Und ein 5 gegen 5 Team Deathmatch oder von mir aus auch größer, könnte ich mir absolut vorstellen. Und es kann sein, dass wir tatsächlich in Season 9 so etwas bekommen. Das einfach mal nebenbei. Ich würde es auf jeden Fall mega feiern. Max D. Denkst du, dass sich mit Season 7 die Spielerzahlen in Apex wieder verbessern werden oder man weiterhin im Pubs auf 20 Bomb, 4k Damage Leute trifft und so weiter? Ja, Season 7, wir sind mittendrin. Split 2 ist nun mittlerweile auch schon am Start. Wir haben die Hälfte von Season 7 schon weg. Die Spielerzahlen sind dermaßen nach hinten wieder oder nach unten geschrumpft und das Matchmaking ist schlimmer denn je. Also Frage denke ich beantwortet. Und auch der Hype um die neue Map, der ist nach zwei Wochen verflogen. Ganz einfach, weil das Spiel unspielbar war und teilweise hier und da immer noch ist. Gene, Drug Story, Glückwünsche. Mehr als verdient bei so viel Arbeit für regelmäßigen Content. Danke dir dafür. Patzen, gefällt dir Apex immer noch so wie früher oder wird es langsam langweilig? Nach der Vergewaltigung von Kings Canyon und diversen Änderungen auf World's Edge. Ich wünsche mir die Standard-Kings Canyon-Map zurück. Auch Standard-World's Edge würde ich mittlerweile wieder mehr feiern als die ganzen Änderungen. Wenn die ganzen Probleme nicht wären, die ganzen... Ich brauche es nicht aufzählen. Dann wäre Apex immer noch sehr, sehr geil. Aber aktuell macht es nicht mehr so viel Spaß. Und es wird auch langweilig, muss man sagen. Aber es kommt bald ein Ausweichmodus. Der könnte wieder ein bisschen Schwung reinbringen. Bratan2700, wie kamst du auf die Idee Apex hochzuladen oder allgemein YouTube? Warum ich mit YouTube angefangen habe oder wodurch, habe ich schon beantwortet. Apex. Ein Tag nach Release von Apex. Grüße gehen raus an Steve, wenn du das siehst. Ein Kumpel aus meiner Berufsschule damals rief mich an. Wir haben damals Blackout ab und zu gezockt. Ich habe es wirklich nicht viel gezockt und es war auch mein allererstes Battle Royale überhaupt. Da kam dann Apex raus. Einen Tag später rief er mich an und sagt, lad das Spiel runter. Das ist der absolute Hammer. Und seitdem komme ich von Apex nicht los. Danke Steve, dass du... Dank ihm habe ich 10.400 Abonnenten, könnte man fast schon sagen. Weil mit allen anderen Content wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. So, Wise89. Findest du auch, dass Erbstücke mehr Schaden anrichten sollten? Zum Beispiel Faust 30 und Erbstück 35 bis 40 Damage? Never. Niemals. Das wäre eine Art Pay-to-Win und das wäre schlecht. Und die Community würde sowas von rumragen und das völlig zu Recht. Pay-to-Win muss ich dir, glaube ich, nicht erklären, wenn du das siehst. Elijah Ox, was fehlt Apex deiner Meinung nach noch momentan am meisten? Stabilität. Alles, alles am Problem. Wenn das weg ist, fehlt nichts. Bin ich der Meinung. Dann könnte ich auch auf den Ausweichmodus verzichten. Fireslayer06, wie viel Geld hast du schon in Apex? Oh, das ist eine fiese Frage. In Apex gesteckt. Ich muss ein einleitendes Wort finden oder einen einleitenden Satz. Wenn ich in Verbindung mit dem Streamen und YouTube und so weiter kein Geld verdienen würde und keine Donations, Subs, Mitgliedschaften, ach, den ganzen Spaß, den man damit so macht, was sehr, sehr geil ist. Wenn das nicht wäre, wäre ich nicht in einem sehr hohen, sehr, sehr hohen, dreistelligen Bereich. Das ist Fakt. Und ich habe immer gesagt, das Geld, was ich mit dem ganzen Drumherum verdiene, das soll natürlich dem Stream zugutekommen, dass ich bessere Qualität liefern kann, auch mal ein Pack-Opening und so weiter. Ansonsten hätte ich nicht so viel Geld in die Hand genommen. Live stellt mehrere Fragen. Fangen wir an. Wie weit denkst du, wirst du noch mit YouTube kommen? Realistisch gesehen definitiv nicht die 100k, bin ich ganz ehrlich. Es gibt so viel Konkurrenz und es ist sehr schwierig, sich noch von der Masse abzuheben. Gerade durch Corona sprießen auch Streamer aus dem Boden. Das ist der absolute Wahnsinn. Wenn Corona nicht wäre, wäre ich vielleicht ein Stück weiter, aber das hast du halt nicht unter Kontrolle. Aber ich denke, auch mit Apex haben wir eine gewisse Grenze erreicht. Auch viele andere deutsche Apex-Streamer wie The Space Cat Show, Old Mac Morris, Die Prise Salz, She's Got AMT, Bro und wie sie alle heißen. Wir stoßen alle gerade an eine Grenze, wo das Wachstum ein bisschen schwierig ist, weil die Klickzahlen auf unsere Videos deutlich geringer ist. Und das ist völlig verständlich, weil ganz, ganz viele kein Interesse mehr an Apex haben. Und für uns, die ich jetzt alle genannt habe, die mit Apex groß geworden sind, ist es schwierig, auf ein anderes Spiel zu switchen. Weil erfahrungsgemäß die meisten dann wegschalten und das einfach nicht sehen wollen. Was ich sehr, sehr schade finde. Und ich denke, wir alle würden uns wünschen, dass man auch mal mit anderem Content glänzen kann, außer Apex Legends. Das einfach mal dazu. Dann kommt noch eine Frage zur Switch. Ich besitze eine, aber Super Smash Bros. finde ich mega, mega langweilig. Denkst du, ich kann irgendwann, denkst du, du kannst irgendwann von YouTube leben? Da bin ich sehr weit entfernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Streaming und YouTube zusammen ist das realistisch, das vielleicht irgendwann zu erreichen. Aber da sind wir auch wieder beim Thema Corona. Es gibt so viele Streamer mittlerweile, sich da von der Masse abzuheben, ist gar nicht so einfach. Mario Kart, Livestream, machen wir irgendwann. Und, ähm, ja, 100.000k, da gehe ich gar nicht drauf ein, weil das ist ein Ziel sehr weit weg. God of Konoa. Wieso heißt du auf YouTube so, wie du heißt? Obwohl du Tobias heißt oder Tobi. Und wofür steht die 10-10? Die 10-10 ist ganz einfach. Eigentlich ist meine Lieblingszahl 10. Casper 10 war schon vergeben. Und, ach, was es da nicht alles vor Vorzeichen gab. Und irgendwann ist es aus der 10 eine 10-10 geworden. Und Casper, eigentlich aus einer dämlichen kindischen Situation. Es gibt einen Film, der heißt Kids. Das ist eigentlich einer der asozialsten Filme, die es überhaupt gibt. Er ist aber trotzdem geil. Und da gibt es einen, der heißt so. Und irgendwie hat sich das im Freundeskreis so ergeben. Ich denke, das muss reichen. Die Space Cat Show fragt, was findest du momentan in Apex am besten und was findest du am wenigsten gut? Eine schwere Frage. Am wenigsten, dass das Spiel einfach nicht läuft. Die Server, ja, da haben wir wieder das berühmte Problem. Alles, was gerade scheiße in Apex ist, ist eben scheiße. Ich muss es, denke ich, nicht wieder wiederholen. Am besten nach wie vor ist die Auswahl der Legenden in Verbindung mit ihren Fähigkeiten. Ich glaube, es gibt kaum ein Battle Royale, das diese Abwechslung bietet. Du nimmst einen anderen Charakter und schon kannst du deinen Spielstil oder musst du deinen Spielstil vielleicht ein bisschen anders anpassen. Und vor allen Dingen auch dieses Zusammenwürfeln der verschiedenen Legenden in einem Squad finde ich mega, mega spannend. Und ich hoffe, dass in Zukunft auch, wenn Quests rauskommen, irgendwie, dass die Fähigkeiten der einzelnen Legenden eine größere Rolle spielen, um das ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Das ist so ungefähr das, was ich mir hier vorstelle. Hunter 25, Glückwunsch zu den 10K. Vielen Dank dafür. Wolltest du auch mal einen Stream machen, wo alle mit dir zocken können, nicht nur Kanalmitglieder. Da bin ich wieder bei dem Thema. Ich hoffe, dass irgendwann die Custom Games auch für jeden Normalo im Spiel sind. Dass wir einfach sagen können, ich mache jetzt eine Lobby auf und ich kann all meine Zuschauer da reinschmeißen. Egal, ob Kanalmitglieder oder Subdonator. Donator hast du nicht gesehen. Ja, würde ich gerne und ich würde das auch gerne öfter machen. Aber es ist leider nur den großen Streamern gegönnt, was ich sehr schade finde. Flip hat eine richtig geile Frage, aber ich kann sie leider nicht beantworten. Wer war dein erster richtiger Abonnent, Freunde und Familie und so weiter zählt nicht und schaut er dich immer noch. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass du Flip unter meinen, da hatte ich noch unter 500 Abonnenten, bist du schon dabei. Und du bist wirklich tatsächlich mit Casey zusammen, auch wenn Casey das Zuschauen sehr, sehr stark eingeschränkt hat, was ich sehr schade finde, auch als Mod. Ihr beide seid so die, an die ich mich noch erinnern kann, die bis heute aktiv sind. Und gerade du, Flip, definitiv. Ja, aber das weißt du ja. Hatten wir letztens erst das Thema auf Instagram. Cha Bundy. Magst du... Das ist so eine geile Frage. Magst du Döner? Reicht es, wenn ich dir sage, dass meine Blutgruppe Döner heißen müsste? Also, ich komme in der Woche mindestens auf zwei Döner. Mindestens. Hi, Pinked. Hi, Casper. Ich habe dich öfter mal mit einem Rammstein-Shirt gesehen in dem Video. Schau, schon mal Daumen hoch dafür. Hatte dich aber musiktechnisch von deiner sonstigen Kleidung und coolen leuchtenden Kacheln und so weiter anders eingeschätzt. Was hörst du sonst noch für Musik, Bands und so weiter? Sehr einfache Frage. Rammstein on top, das ist Fakt. Ich liebe Limp Bizkit. Ich höre gerne Wallbeat ab und wenn ich jetzt mal vom Rock weggehe, mag ich Sido und Eminem auch sehr, sehr gern. Alle fünf genannten war ich schon live bei Konzerten, bei Limp Bizkit sogar sechsmal. Mega geile Band, immer wieder geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Ansonsten höre ich aber auch Querbeetradio. 80er und 90er liebe ich total. Alles, was heutzutage so für Scheiß rauskommt, kann ich mir nicht antun. Ganz, ganz grauenhaft. So, Old Mac Buckfish. Herzlichen Glückwunsch zu den 10K und vielen Dank für die ganzen Apex News. Auf das noch viele weitere Folgen. Vielen Dank für die Glückwünsche. RS Syndicate. Du Ratte, sage ich dann so. Wann grillen wir zusammen? So, okay. Vorgeschichte RS Syndicate ist der beste Kumpel von meinem Stammelt Schweini. Auch ein Kumpel von mir. Wir wollten lange mal bei mir grillen. Ich habe es bis heute nicht geschafft. Tut mir leid, wir schaffen das schon noch. Just Craft LP Community Treffen? Fragezeichen. Kürzeste Frage von allen. Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch so bescheiden und sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass von meinen 10.000 Abonnenten sich überhaupt so viele auf den Weg machen würden, dass sich das nicht unbedingt lohnt. Aber ich stelle mir vor, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich einen Anfahrtsweg von 200, 300, 400 Kilometern macht, nur um mich zu sehen. Never kann ich mir das vorstellen. Bin ich, weiß ich nicht, bin ich zu bescheiden, glaube ich, für. Aber natürlich wäre es geil. Es würde sich, glaube ich, cool anfühlen, wenn die Leute extra wegen dir irgendwo zu einem Punkt A in Deutschland sich zusammenfinden. Wäre schon krass. Und wenn vielleicht dann tatsächlich doch auf der Gamescom, wo vielleicht einige von euch sowieso hinfahren, dann wäre das eine coole Nummer. Ähm, Gamma Ray. Mich würde interessieren, welches Spiel dich entjungfert hat im Sinne von erster Ego-Shooter. Das beantworte ich als erstes. Call of Duty Modern Warfare. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Wo man in Tschernobyl spielt mit dem Riesenrad und dem ganzen Spaß. Ich glaube, es war zwei. Zwei oder drei? Keine Ahnung. Das war mein erster Ego-Shooter. Ich war Mitte 20. Jetzt wisst ihr, warum ich so ein schlechtes Aim habe und so eine schlechte Reaktionszeit. Mit Mitte 20-Shooter, da bist du schon sehr, sehr spät dran. So, was fragt ihr noch? Oder auch allgemein. Mein allgemeines erstes Spiel? Weiß ich nicht mehr. Es war ein stark verpixeltes Spiel, wo die Pixel ungefähr noch so groß waren. Ich glaube, auf dem Commodore. Oder war es das? NES. Hatten wir vorhin schon das Thema. Es könnte auch Mario Brothers gewesen sein auf dem NES. Ganz genau weiß es leider nicht mehr. Ich bin halt schon ein alter Sack. So, bei dir war es übrigens Star Fox, Lylat Wars auf dem N64 und Unreal Tournament. Ich habe auch Lylat Wars gespielt. Das fand ich auch sehr geil. Das war damals zukunftsweisend. 3D-Flieger. Und dann fliegst du durch irgendwelche komischen Ringe und so weiter. Mit Looping und bla. Das habe ich sehr gerne gespielt. FNG Goatman. Könntest du vielleicht auch mal eine Art Viewer-Zocken machen, bei dem die Zuschauer in der Lobby gleichzeitig... Ach, ich lese es gar nicht zu Ende. Das Thema hat man auch schon. Geile Idee. Aber zeitgleich, wenn man keine Custom Games hat, dass man dann auf Glück vielleicht 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler in einer Lobby hat. Und dann hat man wieder das Thema Stream snipen im Stream und so weiter. Das ist einfach nicht möglich. Weil wenn, dann darf ich keinen Delay im Stream haben. Dann funktioniert das nur. Dann wirst du aber nur gestreamt, snipet. Ach, da habe ich kein Interesse dran. Ich hoffe auf Custom Games. Und so lange muss es einfach noch aushalten. Aber die Idee an sich ist eigentlich keine schlechte. Hardcore Entertainment. Welche Games zockst du noch außer Apex? COD. Ich hoffe, dass Cyberpunk 2077 bald stabil läuft, weil das Spiel ist auch sehr, sehr geil. Ich freue mich, wenn nächstes Jahr Apex... Nicht Apex, sondern Ape Soulstorm rauskommt. Kennt jemand von euch vielleicht? Apes Odyssey. Geile Spielreihe. Ich liebe dieses Spiel. Gibt es auch als HD Remaster. Und 2D Jump'n'Run. Das macht ultra Bock. Kommt auf PS5 bald raus. Da freue ich mich sehr. Und ich bin Final Fantasy Junkie. Und ich überlege, wenn der zweite Ableger vom Remake von Final Fantasy 7 rauskommt, habe ich als Let's Play angefangen, aber irgendwann abgebrochen. Nicht, weil es so wenig Zuschauer waren, sondern weil die allgemeine Watchtime auf die einzelnen Videos bei einer Stunde Playtime bei unter 5 Minuten teilweise lag. Und damit machst du dir deinen Kanal kaputt. Und das haben viele immer manchmal bemerkend, wenn ich ein neues Let's Play angefangen habe, dass ich dann irgendwann aufgeregt habe, du kannst dir ganz schnell deinen Kanal versauen. Und dann sind zukünftig Apex-Videos auch ganz schlecht gerankt. Und als YouTuber hast du natürlich auch eine gewisse Priorität, dass deine Videos ordentlich gerankt werden. Und wenn du dann ein Spiel zockst, was dein Kanal kaputt machen könnte, das ist scheiße. Jetzt klingelt's. Mario Kart als Party spielt gerne. Ich spiele auch gerne Wissensspiele. 40justin1 fragt, hast du wahrscheinlich mal gegen PC-Spieler gezockt? Wenn ja, hast du bemerkt, dass die irgendwelche Vorteile haben? Naja, im Allgemeinen sind die PC-Lobbys doch schon ein bisschen schwieriger. Aber ich habe mal mit der Space Cat Show und auch mal mit T-Bro gespielt. Dann bist du halt in PC-Lobbys. Das ist schon anstrengend, das merkst du den Unterschied. Aber so wie es zur Zeit auf Allgemeinen Konsolen-Lobbys mit Matchmaking läuft, ist es eigentlich egal, auf welchen Lobbys du spielst. Suruk5900. Was ist dein Lieblings-CD? Ganz klar Call of Duty Modern Warfare 3. Ich hoffe, dass das Remaster irgendwann mal rauskommt. Gene Drug Story hat noch eine interessante Frage, wie mein Umfeld, in Klammern, Familie und Freunde, dazu stehen, dass ich YouTuber und Streamer bin. Und ob ich jemals mit dem Erfolg gerechnet hätte. Also mit dem Erfolg erstmal hätte ich nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Umfeld geht ganz positiv damit um. Finde ich ganz cool. Ja, viel mehr kannst du dazu nicht machen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich die ganze Zeit davon rede, was ich privat mache. Ja, wenn es einer anspricht, rede ich drüber. Ansonsten verliere ich da auch kein Wort drüber groß. Wirst du auf der Straße erkannt? Fragt Emre Aydin. Ich wurde tatsächlich noch nicht erkannt. Natürlich freue ich mich auf den Moment. Und vor allem bin ich gespannt, wie es anfühlt. Space Cat hatte mir schon mal von seinen Erlebnissen berichtet. Er wurde auch schon des Öfteren erkannt. Ich bin aber wirklich außerhalb meiner vier Wände und meiner Arbeit selten da anzutreffen, wo große Menschenmassen sind. Irgendwo auf dem Markt bei mir in der Stadt. Oder allgemein. Ich hasse zu viele Menschenmassen. Hatte ich vorhin schon erzählt. Und deswegen... Und jetzt, wenn man mit Maske unterwegs ist, erkennt ihr sowieso keine Sau. So, Louis, Glückwunsch zu den 10.000. Danke für die Glückwünsche. Mauns schreibt auch herzliche Glückwünsche zu den 10.000. Kein Name fragt, was ist für dich die Legende, gegen die du am wenigsten gerne spielst, beziehungsweise die ich am meisten hasse. Ganz klar. 3 zu 1. Alle einmal miteinander. Korsdick. Ich hasse Korsdick. Ich hasse es, gegen ihn zu spielen. Ich spiele ihn auch mal Just for Fun ganz gerne, weil er echt stark ist. Aber ich mag ihn einfach nicht. TobiTube101 schreibt, denkst du, dass Apex Legends zum besten Battle Royale ever wird, wenn Respawn mal was gegen die ganzen Probleme machen würde oder es irgendwie hinbekommt? Definitiv. Also, das ist meine Meinung. Aber ich denke, stell diese Frage mal einem Fortnite-Spieler. Da wird genau das Gegenteil von mir behaupten, logischerweise. Aber ich gehe davon aus, ich glaube, Apex hat jetzt erst wieder irgendeinen Gamer-Preis. Abgesahnt. Ich weiß nicht, was genau. Ich glaube, bestes Battle Royale oder irgend sowas. Ich damit beschäftige ich mich wirklich nicht. Aber ich sage mal, wenn wirklich diese ganzen besagten Probleme nicht wären, dann ist es auf jeden Fall der absolute Burner. Krylo fragt, was möchtest du noch alles auf YouTube machen außer Apex? Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also, alle Spiele, die noch so kommen, auf die ich auf jeden Fall Bock habe, habe ich schon erzählt. Turgrim 2005, wie hast du die 10k geschafft? Also, hast du Tipps, wie andere das auch schaffen können? Und was für Ziele hast du noch auf YouTube und Twitch? Boah, das ist eine ganz schwierige Frage, wie ich das geschafft habe. Der Punkt ist, ich hatte das Glück, mit Apex anzufangen, wo es keinen anderen großen Streamer gab, keinen Bekannten, der das auch gezockt hat. Die ganz Großen haben mal kurz den Hype um ein neues Battle Royale mitgenommen. Und danach war das Ganze vorbei. Weil ich hatte Glück, als einer der wenigen mit Space Cat zusammen relativ zeitgleich dieses Spiel für uns zu entdecken. Wenn das nicht gewesen wäre, würde ich jetzt nicht da stehen. Aber sonst, andere Tipps ist schwierig. Man sollte auf jeden Fall sich nicht verstellen und so tun, als wäre man jemand anders. Ansonsten machen, machen, dranbleiben und nicht nur einmal aller drei Wochen ein Video hochladen. Das bringt dir nichts. Ansonsten habe ich keine weiteren Tipps. Mach einfach dein Ding. Das kann ich dir dazu nur sagen. So, dann haben wir 1, 2, 3 Fragen vom guten Klaus. Ich werde auf alle drei nicht antworten. Nein, das ist kein Mobbing. Ich glaube, du weißt, warum ich nicht antworte. Ohren, Augen, Detle. Geiler Name. Findest du, dass Apex Season 6 bisher die schlechteste ist oder gibt es deiner Meinung nach noch eine schlechtere? Ja, wir sind wieder Stand Season 7 und ich muss sagen, Season 7 ist für mich. Und es nützt nichts, eine neue Map irgendwo in eine Season rein zu implementieren, um mal kurz für zwei Wochen Hype zu haben. Ich finde, Season 7 ist die schlechteste Season ever. Die ganzen Änderungen, so alles keine Frage. Total geil. Aber wir sind wieder beim Thema Server, Matchmaking, alles drumherum, versaut das gesamte Spiel und es muss was passieren. Ladies and Gentlemen, das war mein 10k Abonnenten Special. Danke nochmal für euren Support in den letzten zwei, fast zweieinhalb Jahren mittlerweile schon. Ich bedanke mich, dass so viele Fragen zusammengekommen sind. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal so ein Video, wenn ich einen anderen Meilenstein erreiche. Mit neuen Fragen würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid. Und vor allen Dingen wünsche ich euch schöne Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr für die, die nicht regelmäßig in meinen Livestreams vorbeischauen. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.